Heute sind wir bei euch bei Mero Dalvas, auch hier wie ihr seht, brav mit Maske. Wir wollen ein, zwei Tauchgänge machen. Sehr schöne Bucht hier. Also sollte ich erstmal nur die Bucht, die Tauchschule ist. Wir sind jetzt schon hier seit 1969. Da war Tauchen noch ein richtiges Abenteuer. Heute alles Hightech, sicher, spannend. Damals bist du quasi mit einem Fußblasebike und einem Fahrradschlauch getaucht. Das waren noch Zeiten. Also wir warten uns mal ab, gucken uns das hier an und hoffen auf ein, zwei, drei schöne Dives. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020